Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Episode von Stardew Valley. Es ist schon wieder ein schöner, guter Morgen. Heute ist vielleicht Erntetag, ich weiß es nicht. Sehen wir es uns an. Heute ist der siebte Herbsttag. Und es regnet. Ein wunderschöner Regentag. Guten Morgen. Ah ja. Kein Erntetag. Neh mich. Neh mich. Hm. Das ist auch noch nicht fertig. Das hier zum Sensen geht noch nicht. Okay. Jetzt den Granat abfüllen. Das wäre super. Nein, leider nicht. Was brauche ich hier noch hin? Felder. Oh. Die Blueberries sind fertig. Und der Weizen. Oder? Nein. Noch nicht. Oh. Und da rupfen auch. Blueberry. Es regnet. Es regnet. Es husten. Hä? Ich komm. Bin ich jetzt gerade dazwischen gekommen? Okay. Alles eingesammelt. Das ist so praktisch hier. Dass man egal in welcher Jahreszeit hier anpflanzen kann. Hm. Kindermittel muss ich noch schauen. Was ich hier anpflanze. Hm. Gut. Tägliche Routine. Hühnchen. Und anderes Geti... Oh. Oh. Okay. Schau ich gleich an. Noch so ein Ei. Okay. Das werden langsam viele Eier hier. Ich brauche noch mehr. Äh. Da. Evil Chicken. Hab euch alle lieb. Vor allem dich Evil Chicken. Du bist neu. Häschen. Hab dich auch lieb. Ich könnte eigentlich von Evil Chicken noch seines. Ich weiß nicht. Ist das wertvoll? Ich vermute mal. Das war 5000. Das Ei. Das bringt kaum etwas. Was? Was? Die Variante? Okay. Bringen tut mir gar nichts. Minus Energie. Okay. Hm. Mal schauen. Ich muss noch mehr von dem Zeug bauen. Äh. Okay. Milch. Moin oink. Äh. Eine Milch noch. Zehn Milch. Ja. Nein da. Hm. Aber kein Gewitter. Das finde ich momentan schade. Dann würden wir Batterien bekommen. Hm. Sag mal. Das ganze Zeug verkaufen hier. Ja. Wirklich damit. Verkaufe ich mal. Das würde mich interessieren. Wie viel das jetzt wert ist. Hm. Ich habe genug davon. Also. Kommt ja. Weg damit. Hm. Hier unten ist auch noch nichts fertig. Doch. Der Mais. Der Mais ist fertig. Hier drüben vielleicht noch was. Nein. Okay. Den Mais verkaufe ich gleich so. Bringt alles Geld. Hier drüben. Gold. Gold ist alles fertig. Okay. Hm. Okay. Brauche ich für irgendetwas Stoff hier? Oder gibt es etwas, was ich dazu noch verbrauchen könnte? Hm. Wie viel Schleim habe ich denn? Ich probiere das jetzt mal. Weil ich brauche dafür ja 100 Schleim. Ich brauche dafür ja 100 Schleim. Guten Morgen. So. Was kommt da jetzt raus? mal schauen es blitzt ja wir bekommen und weil es so ein schöner tage ist gerade glaube ich gehen wir mal angeln ja komm ich hole erika dann gehe ich angeln beste zeit zum angeln wenn es richtig blitzt und donnert wir müssen ja noch auf eine hasenpfote warten ich nehme ich mal bürgermeister stimmiges wetter heute ich würde gerne mal zu dir schauen hast du was neues für mich davon kaufe ich jetzt mal ein bisschen was so ein schöner klang weil davon kann ich nie genug haben davon brauche ich immer genug ich weiß dass ich die selber herstellen kann aber wieso wir haben ja das geld schnaf schniff schnauf ja gut das reicht glaube ich sonst hast du nichts, oder? nein davon ja komm warte mal ich kann jetzt das hier mit dem kombinieren, oder? ach da sind ja noch drin ok dann brauche ich das eher nicht dann kaufe ich mir jetzt paar davon kann ich auch selber herstellen, aber bin grad faul so gut schauen was da so angespült wird wir brauchen ja jede menge fisch noch nein lol lol das ging jetzt schlappt ein blitz in mich ein komm 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 nein es ist wieder lange her dass ich geangelt habe ich weiß ich nicht, brauchen wir den? ich weiß es nicht wann ist die beste zeit zum angeln? da wird es auch so sweet spots geben ok perfekt wieder so ein beißam zetan brauche ich auch uuuuuh 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 komm ja, schön ne Schatzruhe ne Schatzruhe ne Schatzruhe ne Schatzruhe Schatzruhe da ist sicher nur ein Blödsinn drin aber die wollte ich ah wieder so ein roter was ist da drin? ja geht hi Burr wie das ne Schatzruhe wie die Schatzruhe gut uuuuuh uuuuuh komm perfekt Gold? ok und Goldbarren? ist jetzt nicht schlecht gehen wir woanders hin? gehen wir mal hier rüber auf die andere Seite vielleicht fischt es sich hier besser hm hm ja komm wo mit Schatzruhe perfekt Seegurke Mit Schatztruhe. Perfekt. Seegurke hatten wir aber, glaube ich, schon abgegeben, oder? Ich weiß es nicht. Oh. 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 Ja. Den brauchen wir, glaube ich. Mit Schatztruhe. Sogar einer guten Schatztruhe. Heute läuft's. Heute habe ich Glück. Und es beißt schnell. Den hole ich mir nicht. Ich hol sie mir. Ich glaube nicht, dass das ein besonderer Fisch ist. Komm. Perfekt. Ja. Was ist da drin? Oh. Artefakt Gunther. Gunther wird sich freuen. Perfekt. Läuft. Ich muss öfter hier fischen. Hier ist irgendwie besser. wieder so ein sprunghafter. Ja. Perfekt. So eine Seeschlange wieder. Schnapp. Komm. Bessern. Hier ist so eine Schlange. Gehen wir mal hier hin. Okay. Heute bin ich irgendwie gut im Angeln. Kommt mir vor. Wieder so eine Schlange. Okay. Das reicht, glaube ich, hier. Schönes Gewitter. Hey, Bro. Alter Seemann. Ich habe diese alte Amulett zu verkaufen. Aber irgendwas sagt mir, dass du nicht bereit dafür bist. Böschchen. Hä? Jo, komm. Verkauf es mir. Gib mir. Gib mir. Ich bin bereit für alles. Ach ja, ich weiß. Eine Sache habe ich da noch nicht gemacht. Eins vom Versteck. Schaffen wir das? Ja, in der Zeit geht das gut. Wir müssen ganz kurz zum Bahnhof. rauf. Oder haben wir das schon ausgegraben? Bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Das war hier irgendwo. War das hier? Äh. Mal nachschauen. Hier. Ja, doch. Genau hier bei dem Stein. Schatzkiste. Schatzkiste, ist das für den Mann da unten dann? Was mache ich mit der Schatzkiste? Ist das ein Artefakt einfach, oder? Wie? Bringt einen guten Preis. Die ist... Ist nur zum Verkaufen? Die behalte ich aber. Selbst wenn sie... Ja, wenn sie 100.000 wert war. Egal. Dann wäre es mir egal. Was bist du denn? Ach. So, schauen wir. Ob wir noch was zum Abgeben haben. Also, schläft schon. Ja, ich will nicht mit dir. Ich will da hin. Nein. Ach. Da habe ich mich wieder verdrückt. Perfekt. War überaus sinnlos, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe gar nicht nachgeschaut, wie viel das wert ist, oder? Oder haben wir das erst heute gemacht? Ich weiß es gerade nicht. Hm. Autsch. Das tat weh. Ich bin schon voll. Okay. Was ist hier am wenigsten wert? Das Seegras. Kann... Jetzt kann ich nicht mal mal was reintun. Hm. Na, dann verkaufe ich das jetzt einfach schnell. Hm. Nein. Okay. Jetzt gehst du mir richtig auf die Nerven. Verschwindet. So, ich wollte hier nur zu machen. So, verkaufen. Oh, Iridium-Fisch. Das verkaufen. Das, das, das. Das. Da kommen das auch. Hm. Die Fische weiß ich nicht immer. Kaufen so gut ist. Hm. Was kann ich noch verkaufen? Das auch. Hm. Ich bin müde. Hm. Ich bin müde. Das habe ich den Käse nicht verkauft. Hm. 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 das gebe ich bei Gunter ab die Schatztruhe da die lege ich mal hier rein und dann geben wir morgen die Fische ab Gute Nacht Gunter Königin der Soßen Kriege ich da Rezepte her? ich sehe ein Glitzern in meiner Kristallkugel Scherbe des Wissens aus der Zukunft die Geister sind heute gut drauf ich denke du wirst ein wenig extra Glück haben aber das war nur heute muss ich morgen mal machen dann weiß ich immer wenn ich Glück habe dann gehen wir mal schlafen wow 20.000 das war ein guter Tag ein guter produktiver Tag und wieder schön kein Regen mehr ganz viele Batterien oh Erntetag das wird lustig ganz viele Bracelbeeren ja ja komm noch mehr noch so viel mehr und das wird auch sehr viel Geld nehm ich alles glaube ich ach ich bin so dumm ich hätte äh wie heißt das Umletz na Pfannkuchen das hat ja extra Sammeln ach hab ich jetzt vergessen mir ist jetzt auch egal das da drüben ist das fertig ist das fertig probieren kann ich das jetzt sensen Tatsache was ist das ok nehm ich mal kann ich daraus Mehl machen noch hm oder ist das nur so ein Gras nein ich weiß nicht was das ist am Randgras sagt mir halt überhaupt nichts ich pack das mal hier zu die selteneren Gegenstände mal rein das brauche ich ja alles nicht mehr die Fische brauche ich nicht Ei auf jeden Fall nicht den nehme ich mit Aprikose in der Hose die Milf brauche ich garantiert auch nicht mehr hm die Preiselbeine auf jeden Fall auch nicht das auch nicht ok äh was hab ich jetzt da was hab ich jetzt da da gehen wir jetzt mal rauf und schauen was wir von den Fischen abgeben können weil einer ist sicher dabei den wir schön einlagern können ein Specht ein bisschen Leben sonst ist hier nichts nichts wichtiges hm um die Tiere muss ich mich noch kümmern das ist noch sehr wichtig okay hier das wird das falsche sein Den roten Fisch, den habe ich doch da. Wann werde ich denn den da? Sehr gut. Okay, Seegurke brauche ich nicht. Doch das, weil ich in der Nacht gefischt habe, das ist ja nichts. Wäre zu schön, um wahr zu sein. Das Ding habe ich nicht. Habe ich auch nicht. Kugelfisch fällt halt. Und das andere Ding, das ist aber in der Wüste. Hm. Hier, die Äpfel. Entenfeder, das ist eigentlich überschaubar. Hm. Kann ich da? Ja. Perfekt. Oh. Äh. Für dich habe ich jetzt glaube ich nichts dabei. Ach das. Hier für dich. Maru. Danke. Wie sieht es bei ihr eigentlich aus? Wo ist das hier? Ich habe kein Herz bei ihr. Hast du die Minen schon viel erkundet? Und ich habe gehört, dass du dort einige nützliche Materialien finden kannst. Ja. Natürlich. Wieso habe ich noch kein Herz bei ihr? Muss ich öfter wahrscheinlich zu ihr. Hier. Mhm. Achso, zu Gunter könnten wir noch gehen. hab hier was zum abgeben ja, ich hab hier, ja vielleicht ist das nicht gerade das Beste was ich hier schenke das wird sein einfach zu ich will was heute ich will ein Geschenk und Bürgermeister wir haben immer noch eine Rechnung offen das ist meine Statue da hinten so, Gunther ja, würde ich gerne geht aber leider nicht so, Spenden komm ich weiß nicht, was es sein soll ja, eine Belohnung was wird es sein verbrannte Opfergabe okay, danke ich weiß nicht, was es sein soll aber gut ich dachte mir, ja irgendwie komm ich da sicher irgendwie rein gut was ist hier okay, ich kann hier nicht weiter ja, essen will ich es nicht was ist hier äh, kann ich hier irgendwas put senzen nein keine Ahnung irgendwas ist hier gut hier brauche ich immer noch eine Hasenpfote könnte könnte es sein dass ich hier eine Hasenpfote kaufen könnte das wäre toll hmm sale nein ist sonst hier noch was hmm keiner kauft hier ein weil alles zu teuer ist hmm hi ich weiß ja immer noch nicht wie ich hier durchkomme eine art kraftfeld blockiert den weg dass ich vielleicht irgendeine Opfergabe da bieten muss passt das hier hin kann ich wahrscheinlich nicht hier hin platzieren nein geht nicht wäre ja zu toll ja hier hast du was neues hmm das sollten wir hinbekommen oder ich will das halt unbedingt monster kamin zeichen des gefäßes nehm ich einfach mal egal kostet nichts ich mach das mal ach so ah ok ich habe meine meinung geändert ok so funktioniert das alles aber ich bin momentan zufrieden ich bin momentan zufrieden hier ist niemand aber das machen wir erst in der nächsten folge von stardio rally äh äh tschau habe ich lieb lasst ein like und ein abo da würde mich auf jeden fall freuen ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt vielen dank fürs zusehen tschau tschau habe ich lieb dann eine überlange folge ich bin momentan zufrieden ich bin momentan zufrieden